Und du läufst direkt die Gangway herunter. Da ist er. Okay. So. das hat er er hat er hat so oder also hier starte starten das ist immer noch meine die es wird sich auch in diesem Spiel nicht mehr ändern dass es meine Kamera ist man orange blau schwäche da 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 aber das ist der Laufsteg genau ah ne das ist ja wieder was anderes ja ne was gott aber während du zwei Schritte machst mache ich einen hmm Orange wie gut kennst du Blue wirklich vertraust du Blue okay was hat sie jetzt wieder bei dir gesagt ob ich dir vertraue ja gut okay alles ist noch synchron oder was ja das war jetzt wieder synchron ja okay ach so einfach hier das sieht ja relativ einfach aus ah guck mal es kann auch ein Saugstrahler ja es saugt und bläst der Heinzelmann womit die sonst saugen kann okay also kann ich dich ja wieder zurückholen vermute ich oder einer kann einen zurückholen ich frage mir erst mal wie kommt der da rein ach da ist eine Sprungfehler hinter dir ui genau er war klar dass ich das mache eigentlich ne wiki 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 so und jetzt ach da und David Guetta in aller Person ich hab ne Kiste ich hab ne Kiste ich hab ne Kiste jetzt kann ich die zurückholen ne die Kiste kann da oben muss die Kiste hin ach da ist auch noch so ein Ding ach die muss dagegen ach ok ja warte mach mal gleich mach mal gleich also die Kiste hier so jetzt schießt hier schon mal meins hin klick du schon mal weiter tschüss äh geht doch ne oder ja geht Kiste du pass nicht durch jetzt muss ich irgendwie du bist du dich dann muss ich mal loslassen so ich pass nicht durch du musst jetzt einfach nur runterfallen ich glaub wir haben schon ne ne doch sag es einfach hä? äh 2,30 ich vertraue dir du bist mein Lieblingstestsubjekt wie du bist ihr Lieblingstestsubjekt ja die ist ja voll doof ey 2,30 Junge 2,30 boah schreie Philipp alle Echt einen machen wir noch eine machen wir noch ja eine geht noch das jetzt kann man nur mal jetzt hab ich ich vergesse die Nummern immer ist das schon sechs oder sieben? äh ne weniger oder? echt ist das mal fünf oder so? dann hab ich schon wieder voll die Geschmacksverwirrung hier 1,2 müsste 4 sein jetzt 6 6 oh ok Ja, sag was. Aber da kommt man da hoch, ne? Und da ist so wie sicher auch eine weiße Wand. Die man von hier vielleicht noch nicht sieht. Ich flieg mal durch. Ui! Ich schieße da schon mal einen Dunkelblaus hin. Und da ist ein Helles. Und dann Helles. Oberzacken Helles! Hehehehe. 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 Ja, wie komm ich jetzt da hin? Ich will da hoch. Oh! Was war das denn? Da kam so komische Stacheln aus der Wand. Oh, ne Pfanne. It's a trap! It's a trap! Genau. Warte mal. Aber... Seelgemäß ist es ja richtig. Erstmal, oder? Jo. Anders geht's ja nicht. Aber... Diese Dinger da, ich kann doch nicht ausweichen. Meck ich gerade. Bei allen kann ich mich auch nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich fliege schon wieder... Einfach nur... strunzeln den Tod. Oder? Ja? Na? 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 Hm. 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 Äh... Okay, es muss doch anders gehen. Also kommst du so nicht durch. Dann... Was ist, wenn wir... ...das anders machen? Das ist eine gute Idee. Man könnte ja auch, ne? Nee, geht ja auch nicht. Ein Sauger ist hier nicht, ne? Ein Saugknopf. Ja. Ja. Die sind da. Hä? Ist da ohne Wand? Das... Das glaube ich ist ein Fenster. Das ist ein Fenster. Ja, das ist ein Fenster. Oder... Oder Licht oder sowas, ja. Äh... Ich kann ja auch nicht schneller fliegen, dass ich jetzt runter durchfliege oder so. Hä? Hä? Was ist denn, wenn man jetzt einfach da... Warte mal, warte mal, warte mal... ...warte mal. Wenn du was andersrum schießt. Dass ich von da... ...dich... ...hier durchfliege. Nee. Da hinten hin. Und das andere wieder da oben. Und jetzt sehe ich hier da? Ah! Ah, nee, geht auch nicht. Ich komme ja nicht durch. Hä? Ich fliege ja von der Wand. Nee. Aber die... War halt super. Ich fliege ja von der Sturz vor der Wand. Ich habe ein anderes Portal hinten nicht gesetzt. Das muss dann... Aber könntest du, während ich fliege, das umschießen? Äh... Ja, ne? Das müsste gehen. Schieß mal dein gelbes hier hin. Bitte. Genau. Ich fliege da rüber, schieße das Portal da hinten an der Wand. Und du schießt es dann wieder andersrum. Ah, okay. Jetzt verstehe ich, ja. Oh. Ähm... Was war das? Ich habe mich selber weggeschossen. Ach so, okay. Nochmal, bitte. Ne, andersrum. Genau. So. So. Und jetzt bitte zurück. Genau. Jawoll. Ah, ne. Dann geht der Sportler wieder weg. Ja, genau. Shit. Ah. Und durch die Wand schießen kann ich ja auch wieder nicht? Oder? Ne. Kann ich ja nicht durchschießen. Dass ich... Dass du dann wenigstens so durch könntest. Ah. Obwohl. Ah, ne. Geht er gar nicht. Wie, was ist denn der Weg da rüber? Also auch ganz schön... Ganz schön ewig lang, ne? Eiremfach. Chille. Geiße. Ich glaube, es ist wieder zeitgebunden. Hab ich die Vermutung. Das wir uns dann wieder beeilen müssen, alle von uns beiden. Ja, aber wie denn? Du kannst doch nicht hier... Du kannst mich ja nicht... Du kannst ja nicht dadurch dein Portal... Ach ja, kann ich ja auch nicht. Ich darüber geht ja auch nicht. Oder warte mal, du kannst doch hier jetzt schon dein Portal hinballern. Ja, aber zum Beispiel wenn du durchfliege, ist es doch weg. Ach ja, ach. Moment, warte mal, wenn ich denn... Das ist, wenn ich... Das geht ja auch nicht. Scheiße. Das hab ich jetzt hingemacht. Hui, ich kann zaubern. Nochmal. Das macht ja auch keinen Sinn. Ja, ich glaub, das ist wirklich zeitgebunden. Aber ich kann ja nicht durchschießen. Hä? Und wenn ich sterbe, bist du tot. Wenn du auch da drin bist. Oder du bist verschwinden. Oder komm ich da irgendwie hoch? Auch nicht, ne? Ach, kann ich halt gar nicht hochkommen. Wie denn? Ähm. So. Ich fliege mal durch. Warte mal, ich komm ja auf dem Flug dahin an den Geistesblitz. Man sieht ja schon mal das Dunkle hin. Nee, kann ich ja auch nicht. Da kommen die Stacheln. Ja. Ähm. Warte, warte, warte. Ich hab keine Idee. Warte mal, wenn ich jetzt meine eigenen Portale hier schieße. Ich kann mich nur zurück teleportieren. Aber auch dann nur ganz schnell. Das ist ja so einfach, schätze ich mal. Garantiert. Hilfe. Warte mal, wenn ich jetzt meine eigenen Portale hier schieße. Dann kann ich auch nicht hin und her fliegen. Ich kann nur hin fliegen. Ja, dann, ja. Da kamen die Stacheln zuerst runter, ne? Ja. Hä? Man, die komm ich da auch nicht rüber. Ja, wenn du deins jetzt schießt, dann fällst du dir runter. Sehr spannend hier übrigens in dieser Luftfläuse. Da verschwindet der in Blaues von da oben wieder. Scheiße. Ähm. Ähm. Sie sehen hier. Ich lass dich, warte mal, ich lass dich einfach da durch jetzt. Juhu. Es ist ein Blaues weg. So. Ja. Was ist denn, wenn wir das, was ist denn, wenn du, wenn wir da von der anderen Seite mal, wenn du jetzt, wenn du von der anderen Seite kommst, wenn du jetzt zum Beispiel, an der macht auch keinen Sinn. Nee, Sinn ist ja erstmal egal. Was hast du denn für eine Idee? Ja, das klappt nicht. Ich dachte jetzt erstmal, wenn du dein Ziel setzt und dann da und dann kommst du von der anderen, aber das geht ja nicht. Nee, die Wand ist dann weh ich hier. Ja. Die Doofe. Ja, warte mal, dann können wir doch, können wir doch kommen. Nee, das geht ja nicht. Bei? Scheiße. Das ist einfach. Ey, das ist wirklich ein bisschen Pups einfach. Das haben wir ja jedes Mal. Ja, und jedes Mal ist es einfach. Ja, aber erst später. Was ist denn das da für ein... Was macht das Ding da unten hin an? Ja, genau, das. Da ist sicher so ein Saugknopf da oben. Äh. Ja, stark von Haus. Ja. Warte mal. Also ich komm da maximal rüber, wenn ich... Ich sehe, ne weißt du, wann so runterspringen? Nee. Das wär zu einfach. Lass mich mal rüber. Ja, vielleicht seh ich halt. Ja, vielleicht... Ja, vielleicht... Mach doch mal so. Mach doch mal. Mach du mal, warte mal. Einfach mal gucken. Schkuck. Ein weißer Kloz. Genau. Und ich schätze mal der Schalter... Da oben, ne? Oder warte... Oder um, ne? Ja. Ah, ich hab eine Idee. Boah. Warte mal, sonst geht's gleich kaputt. Warte mal. Wieder rüber? Äh, gleich. Warte. Jetzt? Das klappt sogar. Boah, ich bin so klug. Ach, da unten rein. Ja. Natürlich, natürlich. Ey. Cool. Und? Jetzt. Nee. Oh, doch. Ja, genial. Ja, guck mal. Deswegen hab ich dich mitgenommen, übrigens. Ne? Das ist ein Sauger. Ja, Orange. Wir sind allein. Blue hört dich nicht. Furchtbar. Wirklich. Böse kleine Maschine. Was? Äh? Wie furchtbar. Warte mal. Ne, saug mal. Saug mal, saug mal, saug mal. Ja. Jetzt kann ich nämlich durch. Ah, stimmt. Jetzt kannst du dir selber da den Weg. Äh, warte mal. Ich muss jetzt mal mich selber orientieren hier. Warte mal. Ne, das war doof. Das war jetzt super doof. Aber. Ich weiß auch mal, meine eigene... Ach, jetzt war ich auch nicht mehr da runter, ne? Aber du bleibst ja da oben. Ja. Kannst du die anderen... Ah, nee, die sind doch noch da, ne? Nee, auch nicht mehr da. Hm. Nee. Na, meine zwei sind noch da. So. So ist es ja, ne? Ja. Warte mal, warte mal. Jetzt komm ich... Wo muss ich denn nochmal... Welche müssen jetzt rein? Warte mal, wenn ich jetzt hier reinkomme, fall ich da oben runter. Ich muss aber gucken, wo ich mich erst mal orientieren hier, weil ich gleich alles andersrum habe. Jetzt musst du nach... Genau, in den rein. Und... Ach, warte mal. Jetzt kann ich jetzt... Warte mal, wenn ich jetzt runtergehe. Runter, runter, runter. Genau. Und jetzt musst du... Einfach nur fliegen. Ah, ja, einfach nur fliegen, genau. Hui. Hi. Blue, fühlst du dich von Orange betrogen, wenn er mir diese furchtbaren Dinge über dich erzählt? Hätte Orange das über mich gesagt, würde er nie die nächste Remontagestation erreichen. Boss, was hast du gesagt? Ich hab gar nichts gesagt. Du hast wohl was gesagt. Was, hab ich gar nicht. Dann sag ich jetzt was. 15, sag ich mal. 15. 15. Eine machen wir nicht mehr, ne? Nee. Ist zumindest sehr gefährlich. Okay. Mach ich mir ja stopp. Tschüss. Tschüss.